Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Ihr werdet es gleich sehen, wir spielen Welly. Welly ist ein Action-Abenteuer-Spiel mit Parcours-Anteilen in der Ego-Ansicht, das jetzt im August 2016 erschienen ist. Der Publisher und auch der Entwickler, das ist Blue Isle Studios, möglicherweise kennen die Horror-Fans unter euch, die Blue Isles, die haben vor zwei oder drei Jahren, ich weiß es nicht genau, irgendeine von diesen Slender-Geschichten gemacht. Hier bei Welly ist es allerdings eine völlig andere Kiste. Es ist, nein, es ist kein Horrorspiel, sondern es erzählt uns die Geschichte eines vergessenen, abseitig gelegenen Tals inmitten der Rocky Mountains. Unsere Heldin macht sich auf den Weg dorthin, auf der Suche nach dem Life Seed. Das ist ein, ja, in der Mythologie immer mal wieder erwähntes, altes Artefakt, von dem keiner so genau weiß, ob es sie nun gibt oder ob es sie nicht gibt, aber unsere Heldin, eine Archäologin, wie ich vermute, ist wild entschlossen, dem auf die Spur zu gehen. Und so gerät sie dann in dieses Tal. Und in diesem Tal, abgesehen davon, dass es sehr abgelegen ist, stellt sich relativ schnell raus, dass da einiges nicht so mit rechten Dingen zugeht oder zuging. Sie begegnet militärischen Aktivitäten, militärische Forschung, die allerdings schon seit zehn Jahrzehnten inaktiv ist. Ebenso findet sie immer wieder Nachrichten einer Archäologin, die vor vielen Jahrzehnten dort geforscht hat. Und so nach und nach erfahren wir die Geschichte von dem Tal, die, glaube ich, eine ganz, ganz interessante ist. Vielleicht zwei, drei Worte ganz kurz zum Spielen. Es ist nur auf Englisch, es gibt also keine Übersetzung, auch keine Untertitel. Ich hoffe, dass wir klarkommen. Ich werde das Englische nicht lesen, aber ich werde einfach versuchen, es, soweit es mir möglich ist, zu übersetzen, weil die Geschichte wird uns erzählt, ja, so, wer heißt das so schön, explorativ erzählt. Das bedeutet, wir finden immer irgendwelche Nachrichten, in denen diese Geschichte quasi berichtet wird. Eine Besonderheit hat das Spiel noch, und zwar ist unser Leben unmittelbar mit dem Leben des Tals verknüpft. Das heißt, sterben wir, stirbt auch das Tal ein bisschen. Das fand ich einen ganz spannenden Aspekt. Und ich bin eigentlich auf das Spiel aufmerksam geworden, weil ich zufällig einen Trailer gesehen habe und weil ich sowohl die Bilder als auch diese Musik unglaublich faszinierend fand. Und ich glaube, jetzt haben wir genug gequatscht, ihr Lieben. Wir fangen einfach an. Jetzt können wir noch ein Geschlecht wählen, soll aber laut 4Players keinerlei, da habe ich einen Test gelesen, keinerlei Auswirkungen auf die Geschichte selber haben. Vielleicht ganz kurz, 4Players hat dem Spiel 65 Punkte gegeben, und auf Steam, die User haben es als sehr positiv gewertet. So, was steht denn da? Tja, dieser Live-Seed, so wird zumindest behauptet, enthält erderschütternde Kraft. Okay. Gut, und meistens wird er in Mythologien beschrieben, aber manche Archäologen glauben, dass es ihn tatsächlich gibt. So. Genau. Und haben ihn auch schon gesucht in unterschiedlichen Locations. Das also, meine Lieben, ist ein sogenannter Live-Seed. Was es damit so im Einzelnen auf sich hat, werden wir sehen, aber wir lernen schon gleich am Anfang, dass er unglaubliche Kraft, Power, Macht in sich tragen muss. Na ja. Das ist so das Typische bei mythischen oder mythologischen Gegenständen, dass die ja meistens irgendwelche verborgenen, heftigen Kräfte in sich haben. So, also, jetzt, komm, mach mal hin, ne? Ah, das ist gut los. Hey, es sieht aus, wie ich dich erinnere. Ich wollte nur dir Glück wünschen, bevor du weg bist. Ich kann trotzdem nicht glauben, dass du das machst. Ich meine, du schäuert den, was war es? Die Live-Seed? Du musst sagen, das ist verrückt. Ich meine, selbst wenn diese mythologische Sache, die kann schädter die Welt oder was, eigentlich existieren, was sind die Chance, dass du diese ähnliche Relic in den Mitteln der Röcke? Ich meine, ich weiß, du willst, dass die Sache existiert. Ich verstehe, es ist ein Adventscheid. Hell, es ist deine Karriere, aber Can you do something normal like the rest of us and just backpack Europe or something spend a month in Thailand? But hey, if by some miracle you find this thing and become the most famous archaeologist of all time, beers are on me. I'll even trade in your tinfoil hat for a whip and fedora. I just really hope all those canoeing lessons pay off. Ah, canoeing lessons. Ich fasse es gleich zusammen, was er so in etwa erzählt hat. Ach du Scheiße, das sieht mir ziemlich nach Bruchlandung aus. Da haben diese Kanu-Übungsstunden offensichtlich nicht allzu viel genutzt. Aha, okay. Ja, wir sind in irgendeiner Höhle. Okay. Ja, und offensichtlich haben wir einen Schlag auf den Kopf gekriegt in der Remote Ratchet, in Canadian Rockies. weil wir nämlich nicht ganz ja, ja, unnütze, günstige Kanu-Stunden. Okay. Ganz kurz, hier ist unser Kanu. Das ist zerstört, also haben wir Bruch gemacht. Und wir sind irgendwo in den kanadischen Rockies. Der Kollege am Telefon, der hat offensichtlich schon mehrfach angerufen, zumindest hat dieser Anrufbeantworter zwölf Anrufe schon gezählt. Und der hat uns ganz kurz erzählt, ja, gefragt, wo wir denn sind und ob wir uns jetzt tatsächlich aufgemacht haben, diesen Live-Seed zu finden, von dem alle glauben, es ist ein Mythos. Aber, naja, offensichtlich waren wir schon immer so ein bisschen verrückt und konnten nicht so einfache Dinge machen, wie einfach mal nach Europa zu gehen oder einen Monat in Thailand zu verbringen. Aber sollten wir diesen Live-Seed tatsächlich finden und er sich als real herausstellen, dann ist das mit Sicherheit eine wissenschaftliche oder archäologische Sensation und er wird uns dann zu einem Bier einladen, wenn wir wieder kommen. Ja, das Bier scheint mir noch weit entfernt, weil im Augenblick haben wir hier mit unserem Kanu Bruchlandung gemacht und sind irgendwo in einer Höhle. Ja, wahrscheinlich sind wir da irgendwo diesen, ja, diesen Fluss da runtergefahren und sind dann hier an der Ecke, wo die Steine sind und zu wenig Wasser. Ja. Aus der Bahn geworfen worden. Das ist unsere ganze Ausrüstung. Ich muss da gucken, kann man da irgendwas mitnehmen? Ja, sieht aber nicht so aus. Da sind Konservendosen, Papiere, zwei Rucksäcke, zwei Rucksäcke, eine Rettungsweste, die hättest du vielleicht anziehen sollen. Nochmal Papiere, eine Karte und hier ein kaputtes Handy. Okay, mit anderen Worten, wir sind komplett auf uns alleine gestellt. Irgendwo inmitten der kanadischen Rockies, ich habe keine Ahnung, wie groß dieses Gebiet ist, sind wir hier jetzt Mutterseelen alleine gefangen. Gut, im Augenblick, ich versuche gerade die Tasten, kann ich noch nichts machen, ich kann eigentlich bloß laufen. Ich weiß auch noch nicht, ob man hier mit irgendwas interagieren kann, wenn wir auch gleich sehen. Egal. Ja, und die Kanustunden haben auch nichts genützt. Aha, Ruinen, Hüllmalerei, ja, wo zum Teufel bin ich? Ah, da ist die Hüllmalerei. Das gucken wir uns jetzt mal näher an. Oh Mann, was bist denn du? Irgendein Käfer oder so? Das erinnert mich ein bisschen entfernt an die Zeichnungen von Seasons After Fall. Da hatten wir ja auch so Symbole und das eine war auch so ein bisschen so ein merkwürdiger Käfer oder was auch immer. Okay. Gucken wir uns erst mal eine Runde hier um. Tja. Aber es scheint nichts zu finden zu sein. Also folgen wir einfach den Weg, diesen Weg hier. Auf der anderen Seite kommen wir ja nicht weiter. Hm. Tja. Wenn es hier Hüllmalerei gibt, warte mal, hold, R, L, T, to run. Okay. Wenn es hier Hüllmalerei gibt, gibt es hier wohl auch irgendeine, ja, irgendeine Kultur. Irgendwelche Menschen müssten hier leben, möglicherweise Indianer. Ich glaube auch, das ist auch Fell gemalt, oder? Das sieht aber schon ziemlich löchrig aus. Und ich habe auch keine Ahnung, was hier abgebildet ist. Ich weiß gar nicht, ist das, ist das irgendein Lebewesen, das seine Hände gen Himmel streckt und trägt? Oder bist du irgendein Turm? Ich habe keine Ahnung. Aber es ist schon löchrig, das scheint wohl schon eine Weile her zu sein, dass man es da hingehängt hat. Egal. Wir gehen jetzt mal raus und probieren gleich mal, wie Rennen ist. Ja, das geht schon ein bisschen flotter. Wow. Wow. Schaut euch das an. Das ist jetzt natürlich das Richtige für diesen kalten, grauen November, der sich so, finde ich, von seiner, ja, von seiner November-artigsten Seite zeigt. Wobei, heute ist es sogar ein bisschen, ein bisschen sonnig hier draußen. Das also ist unser Tal. Wir sehen schon, es ist üppig, eine üppige Vegetation und, ja, ach, schöne Musik. Da möchte ich doch wirklich gleich meine Wanderstiefel anziehen, Wanderhosen an, ab auf den Rucksack und dann mal eine Runde los. Das fände ich super cool. Wow. Schaut euch das an. Das ist wirklich erhaben. Das Welly. Ah, gut, Wetter ist nicht ganz so gut. Erhaschen wir einfach mal einen Blick auf dieses Tal. Hm. Ich weiß nicht, ob es hier jetzt schon irgendwas zu finden gibt. Ich gucke einmal ganz kurz rum. Möglicherweise. Oh, die Musik ist cool, ey. Juhu. Nein, ich kann nicht springen. Ich kann echt nichts machen. Also gehen wir einfach mal weiter. Die Fähigkeit zum Springen werden wir bestimmt noch finden. Oh, was bist du denn? Glühwürmchen? Hm. Kann ich mit euch irgendwas machen, ihr Glühwürmchen? Nein, kann ich nicht. Seid ihr überhaupt Glühwürmchen? Ich finde, für Glühwürmchen seid ihr ein bisschen sehr groß, oder? Hm. Ich gebe mal Gas und schau mal, weil ich glaube, ich kann hier wirklich noch nichts machen. Da komme ich auch nicht hoch. Oder? Nein, ich kann noch nicht springen. Genau, dazu müssen wir erst etwas finden, was in 4 Players als Leaf Suit benannt wurde. Das ist ein Anzug, der unsere Fähigkeiten verstärkt. Und dann beginnt auch diese Parcours-Beschichte. Ich hoffe, dass es erstmal so ein bisschen moderat ist. Ich habe da nämlich wenig Erfahrung. Ja, hallo? Ja, hallo, wer seid ihr denn? Uha! Tut ihr mir was? Hallo? Hey! Hey! Wer seid ihr denn? Hallo! Ich glaube, ich spinne. Hey! Hallo, kommt doch mal her. Nee, also ich kann mit denen leider nichts machen. Hallo, wer seid ihr? Boah, ist das cool. Das hätte ich mir als Kind immer gewünscht. Ich war viel im Schwarzwald. Das hat ja auch bei Weiben nicht so erhabene Gegenden, aber auch sehr schöne Gegenden, eben auch dann so mit Lichtung und teilweise einfach auch mit Felsen. Und da hätte ich mir als Kind, wenn ich dort unterwegs war, ja eigentlich immer gewünscht, dass ich mal irgendwie so feenhaften, feenhaften Wesen begegne. Aber die rennen hier bloß hin und her. Na gut, wir werden herauskriegen, wer die sind. Hoffe ich doch zumindest mal. Zumindest amüsieren sie mich so ein bisschen. Tja, und hier gibt es offensichtlich, ja, weitere Spuren, weitere Spuren dieser Kultur, die uns wahrscheinlich auch die Höhlenmalerei hinterlassen hat. Sie sehen ein bisschen unheimlich aus, finde ich, die Masken. Weiß nicht, haben die was Indianisches? Ich würde es mal so als Mischung zwischen indianisch und afrikanisch bezeichnen, aber ich kenne mich da so ein bisschen zu wenig aus, ja, und das Zeug, was hier rumsteht, das sieht auch schon so aus, als sei es, weiß nicht, Jahrhunderte alt. Kann ich hier irgendwas machen? Ne? Noch mehr Masken? Okay. Also ich glaube, erstmal wird hier nichts zu finden sein. Dann laufen wir mal weiter. Ich hoffe ja nicht, dass ihr mir irgendwas tut. Wollen wir kurz da rum gucken? Nein. Da komme ich da hoch. Da komme ich hoch, aber auch hier ist nichts. Gut. Okay. Mit euch kann ich auch nichts anfangen. Ne? Ihr? Flüchten alle? Oder kommt ihr ein Stück mit? Oh, das ist das Place. Ja, das frage ich mich auch. Was für ein Platz ist es hier? Aha. Und wie arg habe ich mir den Kopf angestoßen? Genau die Frage würde ich mir auch stellen, wenn ich ehrlich bin. Guckt euch das an. Scheint schon ein bisschen fortgeschritten zu sein im Jahr. Also würde ich es vermuten, weil hier doch schon unterschiedliche Farben nicht nur grün sind. Also denke ich mal, haben wir es ja auch Herbst haben, oder? Naja, egal. Wir machen weiter. Und schon die ersten Rätsel, was für eine Kultur war das? Und wer zum Teufel sind diese lichthaften Wesen? Ich habe keine Ahnung. Ah, da gibt es was zu finden. Ach, da, schaut an. Ein alter Armeewagen. Ja, das muss ja schon Jahrzehnte her sein, dass der hier gecrashed ist. Und da liegen, wenn ich das richtig deute, Filmspulen rum. Gott, Filmspulen, die kennt man heute auch nicht mehr eh. Meine Fresse aber auch. Oh, und dann gucken wir mal, was hier drin ist. Ich glaube, dass wir jetzt unseren Anzug finden. So ist es. Hier also ist unser Anzug, der uns nachher, da, der Leafsuit. Ich habe keine Ahnung, wovor dieses LeafsD steht. Keinem, keinem blassen Dunst. Wir ziehen ihn einfach mal an. Wir werden mal gucken, was er alles kann. Aha. Was passiert? Ah, ein Filmchen. Pendulum. Sagt mir jetzt gar nichts. Willkommen zum Pathfinder Program. Pathfinder? Wie ein Pathfinder, Sie werden mit dem operieren und testen die neue Leifsuit, als unsere arbeitenden die Wissenschaften und Pendulum entwickeln neue Wir haben zwei Fälle zu empfehlen unseren Truppen, gegen die Krieg in Europa zu kämpfen. Mit dem Kraft des Leif-Suit, du kannst du unimaginable feats machen. Leapen hoch in die Luft. Sprinten so schnell wie ein Cheetah. Auch manipulieren die Leben und sich selbst selbst, ist Teil der vielen Stunts gemacht durch den Leif-Suit. In addition zu diesen wundern, ein Audio-Reel-Recorder, gebaut direkt in die Leif-Suit, ermöglicht einen Pathfinder, um zu hören, auf wichtige Intelligenz, hand-free während der Training-Exercise. Und nicht vergessen, dass neue Upgrades für deine Leif-Suit gibt, als unsere Wissenschaftler immer noch neue Wäste zu verhindern, um die Leif-Suit zu verhindern. Viel Glück und sicherer Reise, als Sie die Grenzen dieser unglaublichen neue Technologie testen. Ja, das war jetzt eine Menge Informationen. Cool, Leif-Suit, wow. Okay, ganz kurz zusammengefasst. Jetzt können wir springen. Guckt euch das an, ist das nicht cool? Wir können springen. Oh, alte Aufnahmen. Was? Virginia King. Audio-Journal. June 4, 1941. Mhm. Gut. The Life Seed Act. Also tatsächlich, er existiert tatsächlich. Gut. Dann fassen wir mal ganz kurz zusammen. Erst dieser charmant gemachte Film. Mittlerweile wissen wir, es spielt oder das, was wir erforschen, geschah in den 40er Jahren, zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Tja, dieser Suit, den wir anhaben, der wurde von irgendeiner, ich weiß gar nicht, von einer Forschergemeinschaft, einer Firma, wie auch immer Pendulum, Pendulum Created. Und die Pathfinder, das ist eine Truppe von Leuten, die seine Fähigkeiten testen. Und ich denke mal, die haben das hier in diesem Tal getestet. Tja, und ihr habt gesehen, wir können höher springen, schneller laufen, auch weiter springen. Es wird Upgrades geben für unseren Anzug. Und was das Schöne ist, wir können Leben geben oder aber auch Leben nehmen. Und dieser Anzug, der wurde gemacht, ja, um die Truppen in Europa zu verstärken. Genau. So. Und dann haben wir ja noch von dieser Virginia hier, die ganz offensichtlich eine Archäologin ist, haben wir den Bericht bekommen, dass sie vom Militär erstaunlicherweise gebeten worden ist, hier die letzten Hinterlassenschaften irgendeiner alten, vergangenen Kultur zu untersuchen. Das sind wahrscheinlich auch diejenigen, die uns die Masken hinterlassen haben. Und, tja, tatsächlich wurde ein Live-Seed gefunden. Vom Militär. Und die ist also da, um einfach jetzt mal hier so die Geschichte des Wellys zu erforschen. Das ist das, was uns jetzt so ungefähr mitgeteilt worden ist. Ich bleibe, wenn ich versuche zu übersetzen, stehen. Das mag für euch langweilig sein, aber, ja, ich will jetzt nicht mich darauf konzentrieren und dann loshüpfen, weil, ja, ich weiß nicht, was mich hier beim Hüpfen erwartet und wie das so werden wird. Da habe ich noch was gesehen. Ja. Da haben wir den Dings. 1945. Das war dann Juli 45. Ja, da sind die wohl abgezogen hier aus dem Valley, oder? 45 im Juli war doch der Krieg zu Ende, oder? Naja, egal. Jedenfalls war da Folgendes drin. Ein Anzug. Mhm. Der den Private First Class Edwin Hall gehört hat. Dann insgesamt 20 Audioaufnahmen von Virginia King. Und 3 Bundles of Documentation. Also noch irgendwelche Aufzeichnungen. Ja. So. Gut. Dann machen wir mal weiter. Und wir haben jetzt auch eine Quest bekommen. Search for the Life Seed near the Dick Side. Das heißt, wir sollen diesen Life Seed in der... Ja. Near the Dick Side. Und was immer Dick Side ist. Wir hüpfen jetzt mal. Ach gut, dass ich schon ein bisschen geübt habe. Uh. Und hier ist ein Dings. Ein Tunnel. Access Tunnel. Aha. Ist mittlerweile schon alles verbaut hier. Es ist ja auch schon 50 oder 60 Jahre her, dass die da waren. 45 sind die wahrscheinlich abgezogen. Das haben wir hier. Da schreibt die Virginia King. Okay. Also die Nordwest Seite. Da gibt es eine Menge. Ja. Da gibt es eine Menge Spuren dieser uralten Einwohner. Ich nenne die jetzt einfach mal die alten. Vor allen Dingen Stone Cutting Technics. Also Bildhauer arbeiten. Und die Pathfinder. Also die, die diese Anzüge hier testen. haben. Ja. Schon deutlich. Haben mittlerweile eine große Anzahl von solchen. Von solchen Tools. Von solchen Bildhauereien und Tools entdeckt. Tja. Und möglicherweise mit ein bisschen Glück. So schreibt sie. Kann man nachvollziehen, wie die gearbeitet haben. Boah. Ich finde das wirklich cool gemacht. Hier guckt man. Sieht schon toll aus. Hier ist eine Karte. Da haben wir einen Military Checkpoint. Dann Tunnel Access. Das ist da, wo wir sind. Vermut es mal. Ja. Und da ist... Genau. Da ist eine Dings. Eine Ausgrabungsstätte. Und da müssen wir hin. Also dann machen wir mal los. Diese Richtung geht's. Da geht's zur North East Dick Side. Genau da wollen wir hin. Also hüpfen wir mal. Ah. Oh shit. Naja. Ich hoffe, dass dieser Anzug uns ein bisschen schützt. Ich weiß nicht, ob wir Fallschaden nehmen. Wahrscheinlich, wenn es hoch genug ist. Dann auch mit dem Anzug. So. Und hier haben wir Tunnel B. Kommen wir da rein. Nein. Rundown. Dann... Okay. Also das heißt, wenn wir irgendwo runter rennen, dann machen wir einen größeren Sprung. To gain Monumentum. To jump higher and further. Also höher und weiter. Da sind auch diese Pathfinder. Oder halt Zeichen. Ich denke mal, dass das der Trainingsparcours war. Also rennen wir einfach mal, wenn es jetzt hier schon steht. Und ich weiß auch schon warum. Ah. Ah. Geil. Juhu. Ah. Ah. Ist das cool. Juppa. Oh, was die geile Mucke, ey. Juhu. Yeah. Ah. 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 Wir rennen einfach mal und gucken, ob wir irgendwas entdecken. Ach du, lass halten. Ist das heiß, echt? Was für eine coole Mucke. Da kann man ja überhaupt gar nicht anders als loswetzen, oder? Durch diese wunderschöne Landschaft hier und dann einfach rennen. Juhu! Ha! Ach je. Ihr amüsiert euch wahrscheinlich wieder über mich. Juhu! Was ich hier wieder für... Für Unsinn mach, aber es macht Spaß, hey. Ich muss ja nicht immer alles bierernst nehmen, oder? Das ist einfach cool hier. Wo gibt's hier irgendwas zu entdecken? So ein bisschen rumgucken sollten wir uns schon. Ah, die Musik hat eine Dynamik. Das ist klasse. Das ist wirklich klasse. Oh, können wir da hoch? Wir gucken, ob wir da hochrewetzen können. Juhu! Ha, ha, ha! Yes! Wow! Juhu! Boah, guckt euch das an. Das ist schon erhaben, oder? Also es ist wirklich erhaben, was die uns hier zeigen. Uns mal aufpassen. Nicht, dass ich hier irgendwo runterfalle. Ja, klasse. Dann wieder nach da unten. Können wir doch gleich mal gucken, hier jetzt, ob wir Fallschaden nehmen können. Öpsa. Okay, also so hoch können wir in jedem Fall springen. Also runterspringen. Das war jetzt nicht so besonders hoch. Okay, wir folgen einfach diesem Pathfinder-Weg. Was ist das? Geil, ey! Wow! Yeah! Juhu! Yeah! Also im Augenblick kann ich gar nichts anderes machen, als mich diesem Rausch der Geschwindigkeit hingeben. Ja, das war ein Fehler. Okay, hier müssen wir hüpfen. Ja, die sind sehr schwer. Tja, und das macht Wasser gefährlich. Ach was. Okay, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Also man muss ein bisschen aufpassen, glaube ich. So, sind wir schon das erste Mal gestorben. Ich will hoffen, dass wir das nicht allzu häufig mitmachen müssen. So, und gleich nochmal. Ich brauche mehr Anlauf. Gut, da muss man ja auch erst mal ein Gefühl für kriegen. Okay. Also dann, nehmen wir ein bisschen mehr Anlauf. Oh, komm, von hier aus dürfts reichen, oder? Na, komm schon. Jippie! Na, also siehste, Anlauf ist alles. Yeah! Und dann wetzen wir einfach weiter. Und vergessen, dass wir schon zweimal abgestürzt sind. Das wird uns noch häufiger passieren, Leute. Das wisst ihr. Ja, ihr kennt mich. Yeah, gib Gas. Los, gib Gas. Uh! Ah. Energy stored in... Ah, okay. Gut, also dieser Anzug, der hat irgendeine Energie. Und das zeugt, das heißt Amerita. Und damit können wir... Und damit können wir... Ja, damit können wir... Können wir Leben erwecken. Schaut mal. Wow. Wir können Leben geben. Oh, ist das cool, ey. Das werden wir auch brauchen. Wenn wir unser Valley dann... Wegen unseren Toten... Ah, was ist da runtergefallen? Was ist da runtergefallen? Okay. Das sind irgendwelche Samen. Und von denen sollen wir... Ja, sollen wir... Viele sammeln. Um durch irgendwelche Türen zu kommen. Gut. Juhu! Oh, ein Rehlein? Komm her, Rehlein. Nein, ein Hirsch. Wo werden wir noch ein bisschen hier... Räume erwecken? Noch mehr? Da ist noch einer. Meinst du mir auch irgendwas runter? Akons. Oh, out of energy. Ah, okay. Jetzt sehe ich es da links oben. Alles klar. Naja, klar. Das kostet uns Energie. Und wie lade ich die Energie jetzt bitte wieder auf? Kann mir das mal einer sagen? Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Gut. Hier ist schon wieder ein Tunnel. Na, da werde ich nicht hochkommen, oder? Das schaffen wir nicht. Bäh. Da langt schon der Versuch, hochzuspringen, um zu sehen, dass wir never ever jemals weit genug kommen. Denn irgendwie müssen wir da auch noch weiterkommen, oder? Tja, Leavesuit must be worn. Ja, das macht schon Sinn. Also können wir... So kommen wir weiter. Habt's schon gesehen. Juhu. Los geht's. Also dann hüpfen wir. Die Musik ist so ultra geil. Touch an Orb to absorb its energy. Ein Orb. Seid ihr die Orbs? Okay, und ihr seid meine Energielieferanten, oder wie deute ich das? Ja, genau. Ah, okay, wunderbar. Sehr schön. Weil die Frage, wie man unseren Anzug wieder auflädt, oder unsere Energie, die hat mich jetzt schon geschäftigt. Aber dann ist klar, es gibt Orbs. Kommen wir da noch irgendwo hin? Ja. Also dann wetzen wir da mal lang. Juhu. wieder ein bisschen beleben. Hast du mir was gedroppt? Ja, du hast mir auch was gedroppt. Edmonds. Tja, bin gespannt auf diese Türen, die man damit öffnen soll. Das heißt, man muss immer so ein bisschen gucken, ob irgendwo irgendwelche Türen sind. Juhu. Da hat's Kisten. Kisten. Yeah. Und da kann man die Edmonds in Kisten finden. Okay. Na dann. Medallion. Oh. Okay. Gut. Okay. Denen sagt man nach, dass man damit eine uralte Pyramide öffnen kann. Tja. Und dann sollen wir die Dinger eben sammeln. Okay. Finde ich die jetzt dann nur in solchen Kisten oder wo? Na, wir werden es schon rauskriegen. Also gibt es irgendwo eine uralte. Kann ich jetzt irgendwas wiederbeleben hier? Ist mir gut. Komm. Los. Gas. Mit Gas. Da ist ein toter Baum. Ah. Okay. Wenn wir wiederbeleben können, habt ihr es gesehen, dann wird der Cursor grün. Komm, beleben wir einfach mal so ein bisschen. Da. Jetzt wird er grün, dann kann ich wiederbeleben. Wenn. Genau. So. Okay. Da war noch irgendwo was grün. Wir gucken, ob wir hier noch irgendwelche weiteren Kisten finden. Das macht einfach Spaß, eh. Juhu. Was ein cooles Spiel. Ja, komm, wir laden uns wieder auf. Kommt her, ihr Orbs. Ich habe keine Ahnung, was ihr seid, Orbs. Da sind Eckhorns gefallen. Die leuchten so schön golden. Komm, hast du mir auch noch Eckhorns? Nö, du lässt nichts fallen. Geizkragen. Oller Geizkragen, eh. Dann laden wir uns auf. Und dann, da unten müssen wir wieder springen, oder? Also dann nehmen wir ordentlich Anlauf. Das sieht weit aus. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Juhu. Juhu. Ah. Ach, wie super, echt. Da. Geht's weiter. Ach, toll, echt. So. Da können wir weiterbeleben. Und, hast du mir was gedroppt? Nee, hast du nicht. Wusch. Bah. Wow, ey, macht gerne eine Geschwindigkeit. Ah, da müssen wir wieder hüpfen. Gut, okay. Alles klar. Hätte ich mir eigentlich denken können. Da ist ein Eckhorn runtergefallen. Wo bist du, Eckhorn? Komm her, Samen. Ich soll dich sammeln für Türen. Wo bist du hingefallen, ey? Hm. ins digitale Nirvana. So, wir nehmen ein bisschen Anlauf. Kommt, ich nehme mich mit. Ja. Dann sind wir wieder voll. Ich hoffe mal, dass das jetzt reicht. So weit schien mir das jetzt nicht zu sein. So, ich will nicht hoffen, dass ich wieder in irgendeinem Wasser falle. Aber gerade mal so. So. Ist hier noch irgendwas? Life can, äh, okay. Okay, also wir können auch Leben nehmen. Wir versuchen das jetzt mal. Und damit laden wir unsere Energie wieder auf. Ja gut, wir haben die Energie jetzt eh voll. Aber ich will kein Leben nehmen. Wieso sollte ich Leben nehmen, wenn ich Leben spenden kann? Also. Die Amrita-Energie. Wo immer sie herkommt, was immer sie sein mag, die steckt in diesem Anzug. Da fällt mir übrigens ein, Amrita, das ist ein ganz, ganz bezaubernder, ach, anrührender Roman von Banana Yoshimoto über eine junge Frau, die so versucht, ein bisschen ihren Lebensweg zu finden. Da geht's weiter. Kann ich euch ans Herz legen? Amrita von Banana Yoshimoto. Oh, da vorne hat's wieder Ort. Ich betze jetzt einfach mal. Ich hoffe nicht, dass das unwiederbringlich ist, falls wir irgendwelche Kisten übersehen. Und, yes. Ah. Jetzt sind wir also angekommen hier. Da sollten wir hin. Hier sind die alten Ruinen, von denen gesprochen worden ist. Wo Virginia, Gott, wie hieß sie denn mit Nachnamen? Egal. Wo Virginia geforscht hat. Da ist eine Tür. Mit einem beeindruckenden, wow. Seid ihr die Alten? Ja, to give life to trees. Soll ich dem jetzt Leben geben hier? Was passiert dann? Das heißt, wenn ich dem jetzt Leben gebe, dann geben die Glühwürmchen eine Energie ab. Diese Tür öffnet. Hey, das ist ja cool. Okay, und da? Da ist die alte Ruine. Und die, ihr Lieben, werden wir in der nächsten Folge entdecken. Bislang, muss ich sagen, ach, da sind ja wieder unsere kleinen Elfchens oder was immer ihr seien. Ach, da wetzen sie wieder rum. Irgendwie sind die immer auf Lichtungen, oder? Und die machen nichts anderes, als blöd in der Gegend rumzuwetzen. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was es mit diesen Wesen auf sich hat. Aber wie gesagt, alles in den kommenden Folgen. Einstweilen, ihr Lieben, bin ich sehr angetan. Und damit, ja, wünsche ich euch einfach mal einen schönen Tag oder auch einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende, wann immer ihr das angeschaut habt. Bis dann. Tschüss.